servus freunde und willkommen zu einem neuen video heute geht es nach Valencia. so leute angekommen am flughafen wir fliegen heute. Igor schau mal. Igor fliegt jetzt mit weil mama krank geworden ist und dann schauen wir mal ob wir das überleben. okay bis nachher so freunde überlebt wir sind angekommen in Valencia. jetzt kommt ein dead spring. Igor macht leider keine handeln ja super wir gehen jetzt das essen und dann ist erster tag eh schon vorbei. leute wir sind gerade aus dem hotel und genau vor dem hotel ist einfach sekte oder so. die ganze straße ist gesperrt und Valencia geht einfach davor so leute ich melde mich jetzt noch kurz nach dem schnitt wo wir beim hotel angekommen sind denn ich habe während dem vlog jetzt nicht jedes mal gefilmt und gesagt wo wir jetzt sind oder so deswegen will ich euch jetzt nur erklären dass wir jetzt noch ins zentrum gehen und uns ein bisschen die stadt angeschaut haben und die bilder blende ich euch jetzt einmal an so ich melde mich jetzt erneut denn jetzt kommen die aufnahmen auf die viele gewartet haben nämlich die aufnahmen vom match levante gegen barcelona und das ist es nun aus. ob wir sind die die sie haben wir gewartet und die wir können die Benvenuti zum Temple des Sentiments Kiranota! Abun, Kiranotes! Abun, Kiranmasvtides! Abun! Abun, Kiranacheke 성 Long, Kiranamesh andwchi, Abun, Kiranacheke speaking Abun, Kiranokeche Abun, Kiranageチwe Abun, Kiranese Abun, Kiranageke der Ock und Mark Humid ist der Niederlande, Alexio Litschi. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! 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 Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja!